Ist das nicht geil? Drei Tage lang Servicetechniker vor Ort. Drei Autos, zwei Autos, ein Auto. Guckt euch das an. Das kann doch nicht wahr sein oder was. Könnt ihr das sehen? Das ist doch der Hit oder was? Das gibt es doch alles nicht. Der schiere Wahnsinn. Aber wie gesagt, es interessiert keine Sau.